Krypto im Jahr 2024 ist einfach nur enttäuschend, das höre ich ständig. Die Leute haben einfach keine Lust mehr, wollen ihre Kryptowährungen, ihre Coins verkaufen und am besten dann in Aktien investieren oder in andere Investmentformen. Aber wie schlimm ist es wirklich oder ist das hier nur ein Spiel der Emotionen? Fakt ist, die letzten Monate, besonders seit März, waren für Kryptoinvestoren definitiv hart. Wenn du zwar komplett auf Bitcoin gesetzt hattest, stehst du wahrscheinlich noch gut da, aber viele Leute sind in Altcoins investiert bzw. in Altcoins gegangen und die haben ordentlich an Wert verloren. Lass uns das also näher anschauen, also Zahlen, Daten und Fakten. Zunächst aber eine spannende Neuigkeit aus Dubai, dem Zentrum für finanzielle und technologische Innovation. Früher war das mal Deutschland, heute ist das ja absolut nicht mehr möglich. Eine neue Gerichtsentscheidung in Dubai erlaubt es nun, Gehälter legal in Kryptowährungen zu zahlen. Und das ist ein ziemlich bedeutender Schritt und könne den Weg für andere Wirtschaften, also Länder ebnen, die wie Dubai eine aufgeschlossene Haltung gegenüber neuen Beschäftigungsformen und Technologien einnehmen. Hierbei ist es wahrscheinlich, dass viele Gehälter sogar in Form von Stablecoins wie Tether gezahlt werden, insbesondere da Tether gerade eine Milliarde UCT im Tron-Netzwerk vorbereitet, kurz nachdem sie angekündigt haben, auch eine Milliarde UCT im Ethereum-Netzwerk zu prägen, also aus dem Nichts zu erschaffen. Darüber hinaus plant Tether die Einführung von UCT auf einer neuen Blockchain, der Aptos-Blockchain. Um das einfach mal klarzustellen, sie prägen diese Münzen, diese Coins nicht sofort auf Tron oder Ethereum, sondern bereiten sich darauf vor, um bei Bedarf die notwendige Liquidität bereitzustellen. Tether will also sicherstellen, dass sie genügend Reserven haben, um auf eine potenziell starke Nachfrage nach Stablecoins reagieren zu können. Und gleichzeitig sehen wir, dass große Investoren, sogenannte Wale, in den letzten sechs Wochen Bitcoin gekauft haben. Dies zeigt im Grunde genommen, dass das Interesse am Kryptowährungsmarkt an Bitcoin ungebrochen ist und möglicherweise weiter anzieht. Es ist schon komisch, dass konstant Bitcoin gekauft wird, aber der Markt eher schlecht läuft. Woran könnte das wohl liegen? Und bei vielen sind die Emotionen schon so weit, dass sie schon kapitulieren wollen. Und während sich viele darüber beschweren, dass der Preis gerade langweilig ist oder vielleicht auch nicht so gut läuft und sich auch fragen, ob wir uns in einem Bärenmarkt befinden, nutzt das schlaue Geld diese Zeit, um Bitcoin zu akkumulieren. Sie profitieren von der aktuellen Ruhe auf dem Markt, um ihre Investitionen durch den Durchschnittskosteneffekt zu erweitern. Dazu kommt, dass der Verkaufsdruck durch die Schreckgespenste wie Mt. Gox, die Insolvenz von FTX und Celsius oder dass Deutschland seine Bitcoin verkaufen musste, Verkaufsdruck der Bitcoin aus den USA und sogar in Großbritannien, das gibt es so gut wie jetzt gerade nicht mehr. Diese haben keinen wesentlichen Einfluss mehr auf den Markt und was diese Akkumulationsphase der Wale von früher unterscheidet ist, dass es sich um echte Spotkäufe handelt, bei denen die Kryptowährungen in Wallets gehalten werden, die schon seit langer Zeit akkumulieren und nicht zum Spekulieren genutzt werden. Und früher oder später wird der Einzelhandel dann aufwachen und merken, dass sie den Zug wieder mal verpasst haben. Und Bitcoin ist dieses Jahr tatsächlich um etwa 37% gestiegen, was je nach Perspektive nicht schlecht ist. Aber wenn du bei 73.000 Dollar pro Bitcoin eingestiegen bist, freust du dich vielleicht jetzt nicht so darüber. Doch wer langfristig investiert und gespart hat, ist mit 60.000 Dollar pro Bitcoin wahrscheinlich sehr zufrieden. Und trotz des jüngsten Preisrückgangs liegt Bitcoin immer noch 37% im Plus für dieses Jahr. Selbst am Tiefpunkt war Bitcoin noch bei 12% im Plus, fast so gut wie der S&P 500 in der Verkaufsphase. Und Bitcoin ist der Leitstern des Kryptowährungsmarktes. Und momentan befinden wir uns in einem klaren Abwärtstrend mit niedrigeren Hoch seit März. Und aktuell kämpft der Bitcoin mit dem 200 Tage gleitenden Durchschnitt. Und für eine neue Aufbruchsstimmung bräuchte es einen Sprung über 72.000 Dollar pro Bitcoin. Das heißt, aktuell bleibt Krypto langweilig, bis es dann plötzlich nicht mehr ist. Und dann werden alle wieder zurückkommen. Und das ist der Reiz dieses Marktes, warum wir hier sind und ihn auch lieben. Aber momentan sind die Dinge, wie sie sind. Auch spielt hier die Präsidentschaftswahl in den USA eine Rolle. Und sobald wir dort mehr Klarheit haben, wer gewinnt, wird das auch definitiv den Preis bei Bitcoin und den anderen Kryptowährungen beeinflussen. Und Ethereum könnte dieses Jahr den Preis für den langweiligsten Kryptovermögenswert gewinnen. Trotz vieler Erfahrungen und Hypes ist absolut nichts passiert. Die Ethereum ETFs waren bisher ein großer Reinfall, obwohl ich immer noch hoffe, dass sie den Markt positiv beeinflussen werden. Und Ethereum ist dieses Jahr nur um 12% gestiegen, was okay ist, wenn du seit Jahren investiert bist. Wenn du bei 4.000 Dollar eingestiegen bist, ist das jedoch enttäuschend. Verglichen mit dem S&P 500, der dieses Jahr um 18% gestiegen ist und neue Höchststände gerade anpeilt, hat Ethereum schlechter abgeschnitten. Und das ist im Grunde genommen enttäuschend, besonders wenn Ethereum nicht mal mit dem S&P 500 mithalten kann. Fakt ist auch, viele haben Kryptowährungen zu Höchstpreisen gekauft, während eine Investition in den S&P 500 zur gleichen Zeit fast zu jedem Zeitpunkt dieses Jahres profitabel gewesen wäre. Nvidia als Beispiel, hättest du dein Geld zu Jahresbeginn in Nvidia investiert, hättest du Bitcoin dramatisch übertroffen. Nvidia ist dieses Jahr viel, viel besser gelaufen als Bitcoin beispielsweise. Eine Investition von 10.000 Dollar in Nvidia hätte dir 116.000 Dollar eingebracht, während 10.000 Dollar in Bitcoin nur 3.700 Dollar zusätzlich eingebracht hätten. Und das ist ein riesiger, riesiger Unterschied. Wenn du also zu den wenigen Glücklichen gehörst, die die richtigen Aktien oder Kryptowährungen gefunden haben, die Bitcoin dieses Jahr übertroffen haben, dann hast du es wirklich gut gemacht. Und jetzt bevor wir noch tiefer eintauchen. Wenn du Krypto lernen willst, denn der Markt wird wieder drehen, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Schau dir das Video an, es ist kostenlos. Erfahre in welche Kryptowährungen ich investiere, nehme an Krypto-Vorverkäufen teil, klick jetzt auf den Link und schau dir das Video an. Handle, denn der Markt wird wieder drehen. Und wenn wir zusätzlich jetzt noch die Altcoins anschauen, wo man durchaus 10x, 20x, 50x, 100x machen kann, die sind aktuell nicht so gut gelaufen. Dieses Jahr war im Grunde genommen weitgehend ein Jahr für Bitcoin. 17 Milliarden Dollar flossen in die ETFs nach dem Bitcoin-Hiving, was keine große Überraschung ist. Und hierzu kommt, dass ständig neue Altcoins auf den Markt kommen, wodurch wir in eine Situation geraten, in der die Käufer fehlen. Trotzdem, wenn Bitcoin die 72.000 Dollar pro Bitcoin durchbricht und auf die 100.000 Dollar zusteuert, werden die Käufer dann auch zurückkommen, weil Krypto dann wieder das beste Casino ist. Aber im Moment haben wir viele stark verbesserte Coins mit geringer Nachfrage, was in einem Bärenmarkt nicht gut läuft. Und Altcoins erleiden Verluste aus verschiedenen Gründen, weil Meme-Coins aktuell Geld aus dem Markt raussaugen. Und oftmals verdienen nur die Insider viel, viel Geld, während alle anderen verlieren. Wahrscheinlich sind auch in diesem Meme-Coin-Casino bereits Milliarden verloren gegangen. Und ich verstehe auch, wie frustrierend es ist, die Kryptowährungsmärkte zu beobachten und manchmal einfach aufgeben zu wollen, weil es aktuell nicht so gut läuft. Du siehst dann beispielsweise Nvidia und denkst dir vielleicht, warum mache ich diesen Kryptokram überhaupt noch mit? Ich sollte alles verkaufen und in den S&P 500 investieren, dann wäre mein Leben viel, viel, viel entspannter. Und trotzdem, sobald der Kryptowährungsmarkt dann dreht, kommen genau diese Menschen zurück, weil dann Bitcoin und die Altcoins alles andere übertreffen werden. Und das ist einfach eine Tatsache. Du musst nur deinen Zeithorizont etwas ausdehnen. Deine Bitcoin-Investitionen werden sich auszahlen, bei den Altcoins nur bei bestimmten. Und glaube mir, ich habe auch viele Altcoins und fühle den Schmerz manchmal, wenn der Markt nicht so läuft, wie ich mir das gerne wünsche. Aber es ist, wie es ist. Doch Fakt ist auch, der Markt wird wieder drehen, es wird wieder Geld gedruckt, es wird wieder viel Geld gedruckt. Und dann wird ein großer Teil dieses Geldes ebenfalls in Bitcoin, Ethereum und andere Altcoins fließen. Das heißt, wenn wir in die richtigen Altcoins investiert sind, werden wir sehr große Anstiege sehen. Das ist natürlich keine Finanzberatung. Und wenn du dich dafür interessierst und mehr über Krypto lernen willst, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Schau dir das Video an, es ist kostenlos. Manchmal scheint es so, als würden die Kryptowährungsmarkte nur nach unten korrelieren, während der S&P 500 einen Allzeithoch nach dem anderen erreicht. Aber denkt daran, es ist immer am dunkelsten vor der Dämmerung. Und das sehen wir gerade. Es sei denn, wir stehen kurz vor der Endzeit. Doch ich glaube, dass die besten Tage dieses Marktzyklus noch vor uns liegen. Wir sind in einer Post-Bitcoin-Halving-Welt und normalerweise dauert es etwa 6 Monate nach einem Halving, bevor die Preise wirklich wieder richtig krass anziehen. Und das bringt uns in den Oktober dieses Jahres, bevor wir mit ernsten Bewegungen rechnen können. Das heißt, das neue Allzeithoch beim Bitcoin-ETF-Hype war eine Illusion und hat die Menschen in die Irre geführt. Die echten Angebots-Nachfrage-Mechanismen werden bald auf den Markt kommen. Und wenn Bitcoin dann auf die 72.000 Dollar Marke zusteuert, werden dann die normalen Investoren zurückkommen, die jetzt rausgegangen sind. Bei 100.000 Dollar pro Bitcoin werden sie wie verrückt reinkommen und anfangen Aufmerksamkeit dem Kryptowährungsmarkt wieder zu schenken. Und das wird der Punkt dann sein, wo wir, die jetzt in diesem Markt drin sind, die in die richtigen Altcoins beispielsweise investiert haben, wo wir lebensverändernde Summen an Geld verdient haben bzw. verdienen werden. Die Frage ist dann, werden diese normalen Investoren dann Bitcoin bei 100.000 Dollar pro Bitcoin kaufen, was sehr teuer ist, aber wahrscheinlich werden sie das auch tun. Denn eines ist Fakt, wenn Krypto wieder anfängt zu steigen, ist es eines der besten Casinos überhaupt. Denn durch die richtigen Investitionen wirst du dir sehr wahrscheinlich dadurch durch Krypto finanzielle Freiheit aufbauen können. Und wie gesagt, wenn dich dafür interessierst, klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Wir müssen nur die 72.000 Dollar Marke bei Bitcoin durchbrechen. Und Fakt ist auch, Krypto ist nicht am Ende. Krypto wird nicht verschwinden. Krypto bzw. Bitcoin, das sind eine der wichtigsten Innovationen dieses Jahrhunderts. Und das wird nicht verschwinden. Das wird das neue Internet werden. Nur die meisten erkennen es noch nicht. Also behaltet das große Ganze im Auge. Die besten Tage dieses Marktzyklus stehen uns sehr wahrscheinlich noch bevor. Und ich danke dir fürs Zuschauen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen Tag.